Nur nichts gegen die Juden sagen. Und dann aber eigentlich, das müsste man ja jetzt erwarten, nur nichts für die Juden sagen. Wann ging das denn los oder wann haben Sie gemerkt, dass da gegen die Juden auch konkret Politik gemacht wurde? Wann wurde das zu einem, wurde die Judenverfolgung für Sie konkret, wann haben Sie das gespielt? Die habe ich erst erfahren im Krieg, bei Heimaturlauben. Da kann ich mich gut erinnern, dass meine Mutter erzählte, dass die und die Dame abgeholt worden ist. Dass das jüdische Altersheim und Krankenhaus, wo ich noch mit meinem Vater Dienst getan habe, ärztlich, dass das nicht mehr existiert und dass die Juden, die da untergebracht waren, abtransportiert worden sind. Das habe ich alles nur bei Urlauben aus dem Feld erlebt. Im Krieg draußen hat man davon nichts gehört. Was haben Sie da gedacht, als Sie das gehört haben, was jetzt mit den Juden geschehen würde, die abgeholt worden sind? Ja, man hatte keine festen Unterlagen. Es hieß ja, die Leute würden in Polen oder irgendwo im Osten angesiedelt. Kein Mensch in unseren Kreisen hat gedacht, dass es zu einem solchen Völkermord kommt. Die Reizkristallnacht hier in Würzburg, haben Sie die erfahren? Das war 1938, nicht? Das kann ich jetzt gar nicht sagen, ob ich da in Würzburg war. Aber die Zerstörung der Synagoge, das hat schon sehr schlechten Eindruck auf uns gemacht. Was haben Sie inwiefern einen schlechten Eindruck? Ja, dass man mit Menschen und mit Gebäuden und auch in dem Fall ein Sakralgebäude so rigoros vorgegangen ist. Das hat eben die Tendenz der NSDAP immer deutlicher werden lassen. Da kann ich mich noch erinnern, wie die Posten vor den jüdischen Geschäften standen, dass man da nicht mehr reingehen sollte. Das sind alles Dinge, die ich noch im Gedächtnis habe und die man natürlich von vornherein abgelehnt hat. Dass die Rechtsanwälte, die Ärzte und die Apotheker keinen Beruf mehr ausüben durften und solche Dinge. Das hat uns schon sehr berührt. Wie hat man da dann drauf reagiert? Sie sagen, es hat Sie berührt, aber blieb man dann nach außen hin gleichgültig? Ja, gleichgültig vielleicht nicht, aber Reaktionen waren ja bei dem Regime keine möglich. Da hätte man ja irgendwie in den Widerstand treten müssen. Und das war ja dem einfachen Publikum, dem Bürgertum, gar nicht möglich. Was wäre geschehen, wenn man, Sie sagen, Reaktionen waren gar nicht möglich, aber wenn man jetzt seinen Unwillen auch bekundet hätte? Dann hätte man mit der Gestapo zu tun bekommen, wie ja bekanntlicherweise viele Menschen plötzlich dann wegen Äußerungen und solcher Dinge in Haft genommen worden sind und schweres Schicksal erlitten haben in den Konzentrationslager.